Auch wenn es gerade in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Nordrhein-Westfalen einen Stau am Bau gibt, weil ganz viele Bauherren sich zurückhalten mit ihrer Investition aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, wollen wir als Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Zeit nutzen. Seit 2017 haben wir die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen um viele Regelungen entschlackt, aber es gibt immer noch eine Regelungswut im Bau. Und deswegen fragen wir Sie, wo kann sie weg? Die Bürokratie am Bau. Deswegen starten wir eine neue Aktion unter dem einfachen sportlichen Titel Bürokratie am Bau. Ciao! Und da fragen wir Sie, die Architektinnen und Architekten, die Ingenieurinnen und Ingenieure, die Bauherrschaften, die Wohnungsgesellschaften, wo ist Bürokratie am Bau verzichtbar? Auch in die Normen übrigens, weil uns das sehr interessiert, auch im Verhältnis dazu, wie unsere europäischen Nachbarn beispielsweise bauen, nämlich ganz anders als in der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb, wir suchen Sie, wir suchen Ihre Anregungen, werden Sie Co-Autorin, Co-Autor zu den bauordnungsrechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen. Und zu unserer Seite Bürokratie am Bau. Ciao! Kommen Sie unter www.nhkw.de. Bürokratie am Bau. Ciao!